Hi, in dieser Session sehen wir uns den grundsätzlichen Signalfluss bei der Live-Beschallung an. Vorher müssen wir aber noch ein paar Begriffe klären. Was bedeutet FOH? FOH steht für Front of House. Im weitesten Sinne beschreibt FOH alles, was vor der Bühne ist. Im Gegensatz dazu steht Backstage für alles, was hinter der Bühne ist. Die FOH-Mischung ist die Saalmischung, welche das Publikum hört. Das FOH-Pult ist das Mischpult, mit dem die FOH-Mischung erstellt wird. Oft wird mit FOH aber auch einfach nur der Ort bezeichnet, an dem das FOH-Mischpult steht. Was ist eine PA? PA steht für Public Address. Die PA ist die Saalanlage. Sie dient zur Beschallung des Publikums. Was ist eine Monitoranlage? Die Monitoranlage dient zur Beschallung der Musiker. Was versteht man unter Backline? Alles, was die Musiker selbst an Verstärkern mitbringen, also Gitarrenverstärker, Bassverstärker und eventuell auch Keyboardverstärker, wird als Backline bezeichnet. Backline deshalb, weil diese Verstärker früher üblicherweise hinten an der Bühne in einer Linie aufgestellt wurden. Die Backline hatte früher auch die Aufgabe, das Publikum zu bescheinen. Heute sind die Toningenieure eher darauf bedacht, dass die Backline nicht zu laut im Publikum hörbar wird und die Verstärker werden meist seitlich oder in den Ecken aufgestellt. Teilweise bezeichnet man mit Backline nicht nur die Verstärker, sondern auch alles andere, was die Bantan-Equipment mitbringt, also zum Beispiel auch das Schlagzeug. Man kann live im Wesentlichen zwei Situationen unterscheiden. Entweder wird der Monitor-Mix für die Musiker vom FOH-Pult ausgemacht oder es gibt ein eigenes Mischpult für den Monitor-Mix. Wird die Monitor-Mischung vom FOH-Pult ausgemacht, so spricht man von FOH-Monitoring. Gibt es ein eigenes Mischpult für die Monitor-Mischung, so spricht man von Separate-Monitoring. Der Prinzip-Signalfluss bei FOH-Monitoring Der Signalfluss beginnt live immer auf der Bühne. Hier sind alle Musiker und Instrumente, unsere Schallquellen. Die Instrumente und Verstärker werden nun alle per Mikrofon oder die i-Box abgenommen und auf die Stagebox gesteckt. Die Stagebox ist einfach eine Box mit vielen XLR-Anschlüssen, die auf der Bühne steht. Von hier aus geht es über ein dickes Multicore-Kabel zum FOH-Mischer. Beim FOH-Mischer wird das Multicore-Kabel über eine Peitsche in einzelne XLR-Kabel aufgesplittet und mit den Mikrofoneingängen des Mischpults verbunden. Am FOH-Platz stehen noch einige Effect-Racks, die mit dem Mischpult verbunden sind. Die fertige Saalmischung geht über die Main-Outputs auf das Multicore und zurück zur Stagebox. Von der Stagebox aus geht es auf die PA. In unserem Fall geht es auf eine Stereo-Endstufe und dann auf die beiden Lautsprecher. Der Monitor-Mix wird ebenfalls im FOH-Mischpult gemacht, und zwar mit Pre-Fader-Aux-Wegen. Die entsprechenden AUX-Ausgänge werden mit dem Multicore verkabelt, sodass die Signale an der Stagebox anliegen. Von der Stagebox geht es auf die Monitor-Anlage. In unserem Fall haben wir wieder eine Stereo-Endstufe und zwei passive Boxen. Beim Separate-Monitoring ändert sich der Signalfluss nur geringfügig. In diesem Fall hat man auf der Bühne keine normale Stagebox, sondern eine Splitbox. Diese splittet jedes Mikrofon- und DI-Signal auf. So kann jedes Signal einmal wie gehabt über das Multicore zum FOH-Platz geführt werden, wo die Mischung für die PA erstellt wird. Zusätzlich geht von der Splitbox ein Multicore zum Monitor-Pult. Vom Monitor-Pult aus kann man nun über Aux-Wege eine Mischung für die Monitor-Boxen machen. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Wir werden die Vor- und Nachteile der beiden Setups später noch diskutieren. Außerdem werden wir in den nachfolgenden Sessions die einzelnen Komponenten noch einmal im Detail besprechen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.